Bei einem Brand in einer Fabrik in Bangladesch sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in einer Industriestadt nahe der Hauptstadt Dakar. Laut Polizei wurden zunächst 52 Leichen geborgen. Die Zahl der Opfer dürfte aber noch steigen. Dutzende Menschen erlitten Verletzungen. Viele von ihnen waren aus den oberen Stockwerken gesprungen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. In der Fabrik wurden Getränke und Lebensmittel hergestellt. Laut Feuerwehr brach das Feuer aus, weil in dem Gebäude leicht entflammbare Chemikalien und Plastik gelagert wurden.